Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pixel Gun 3D iOS Let's Play doppelt gemobbt wieder mal. So, ähm, ja, ich musste mal kurze Pause machen, äh, ach, denn, naja, das Exportieren dauert mal wieder Jahre. So, ich hab, äh, nebenbei, äh, was gespielt und zwar habe ich, äh, da wo ich verkackt habe, nochmal gespielt und das war wirklich der Endboss, Alter, der hat das einmal angesnackt und wir waren tot, das war gar nicht schön. Ähm, jetzt hab ich noch ein Duplo, jetzt schmatze ich schon wieder so dämlich mit meinen Schnupfen, warte mal, ich trink mal kurz was. Wartet. So, ein bisschen Wasser eingeschüttet und dann, ähm, Schnauze, also nicht Schnauze, also nicht ihr, sondern ich, warte, warte, warte. Ja, geht ja gut los hier. Ähm, sorry, ähm, ähm, hab's nochmal gespielt und, ja, hab's dann geschafft und mir wurde ein Herz abgesnackt von so einer verkackten Spinne, ey, die sind echt mies. Ja, und dann hab ich nur zwei Punkte. So, wir sind jetzt aber hier, I'm late, ähm, I should get to city, ja, dann geht das shitty, now get to city, police, neo, 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 so, und dann geht's mal los. Aha. So, ich hab's überlegt, wir spielen immer so ein bisschen Kampagne, erst am Anfang oder am Ende oder in der Mitte muss ich gucken, oh, Leute, das ist die Kulose. Habe ich gerade richtig gesehen? Ja, von der Sonne, ah, von der Sonne. Ähm, so irgendwie der 30 Viecher tötet, das ist ja super. Was das denn hier? Ach, Müllton. Wie das aussah, ich sagte, er so, was sind das für ein komischer Zombie? Oh man. Stupid. Ja, pfff, hallo, ist you, man, munition, das ist gut. Äh, hallo? Ach, das ist neue Waffe, Kuppel. Lol, was ist denn das für ein geiles Ding? Ach, das heißt, in der letzten Folge, wo ihr nicht mehr da weit bekommen. Alter, das Ding geht ja ab. Oh, lo, ein Creeper. Ach, du scheiße, wir sind dir da, wow, wer snack ich denn jetzt hier an, hallo? Hä? Ach, diese Scheißspin schon wieder. Mann, die Nerven. Alter, was ist denn hier los, bitte? Was ist das bitte für eine Waffe? Nämlich lieber meine alte Waffe. Was bist du? Hilfe. Ach, ich habe schon wieder vergessen, die Helligkeit hochzudringen, nicht Vollpfosten. Kann ich explodieren, oder was macht der? Ah, der kippt einfach rum, das ist ja cool. Ähm, was bist du schon wieder? Das ist doch der Endboss von der ersten Folge. What? Mann, ich kriege hier irgendwie gerade, gerade Stimmen. Was ist das denn? Scheiße. Ja, wunderbar. Toll. Müssen wir ein komisches Ding hier nehmen? Was soll ich überhaupt darstellen? Hallo? Super, keine Muni! Oh, ich dachte, das ist gerade Munition, das habe ich in den Kopf. Ich gebe mal. Mal in den Kopf. Alter, was los hier? Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Lauf, 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 Lauf! Mann, was ist das? Scheiße, wir haben keine Waffe mehr. Fuck, 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 oh, ich brauche aber kein Herz, trotzdem ist gut. Weil ich brauche Munition, Hilfe, Munitionos. Wollte Munitionos? Ja, das geht ja, ah, das Munition. Dankeschön. So, jetzt geht sie aber rund. Wo sind sie denn jetzt hier? Liebe, ich hasse euch alle, stopp. Ich liebe euch nicht, geht weg. Na, was denn nun? Wird sie uns jetzt haben oder was oder liebst du uns oder wie? Wollte mich das verstehen? Und wieder keine Muni, das ist super, awesome. Oh, lol, alter, wie kommen denn, wie viel kommen denn da noch? Das sind 10. Ha, ha, lesen, stupid. Das war schön. Untergabe, Untertitel, 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 Untertitel. Was wieder? Die finden aber scheiße. Und was ist das überhaupt für so komisches Gesing, gedöhnt es immer. Ah, jetzt ist meine Hand aua. Entschuldigung. Entschuldigung, das war ich nicht. Bob schießt ja. Ich bin hier auf die Showstyre gekommen oder was? Warte, haben wir den Kleinen. Hallo. Hallo. What? What? Help, 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 help. Wie komme ich hier raus? Lass mich durch. Loy, jetzt kommen wir durch oder was? Oh, Muni, Muni. Alter, wie viel Muni bitte? lululululululululululululul. Geh weg,ia, geh weg, geh weg, geh weg. Was bist du eigentlich ein Taube? Oder was? Zwei Endgegner vom ersten Level. Alter, jetzt neckt er uns an, oder was? Jetzt neckt er uns hier einfach an und wir haben schon wieder keine Muni. Wie schnell geht denn die Muni bitte weg? Das ist ja korrupt. Hallo. Schnell mal das Essen vom Himmel geholt. Alter, wegsss. Boah, die Spinne sieht man so schlecht. ich muss echt die helligkeit hochdrehen ich habe sie glaube ich nur auf zehn prozent oder zwanzig prozent da was mich in ruhe verarschen wir haben noch einen eine eine munition und wir können es kommt der endboss oder west es ist ja super aussehen so meinetwegen kann er jetzt kommen ich weiß weil ich habe 32 reißen werden aber ich hoffe es und hier sind überall Panzer und die machen mir nicht platt wird ziemlich verarschen und dabei wo ist er schon wieder ja Militär nicht schießen Mann ich komme immer auf die Suss nein dabei ist schon wieder auf die Suss Tasse ich komme immer auf die Suss hallo 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 denn steht da hier auch da ist er das du den ich gebe dir mal lieber einen Headshot weil es sieht aus wenn es so ein so ein whatever SVG gedönselt ist keine Ahnung und ja wir haben 34 das ist ja super kill the monster quickly soll das jetzt schon wieder heißen leise was ich soll hier leise töten wie soll denn das gehen what was that the hospital hm maybe here can I find oranges dann such dir deine Antworten aber ich will dir nicht alter wie geil das aussieht oh da kommt gleich einer hallo oh aha ein Revolver das ist ja super awesome oh yeah ah lol wie geil ist das denn ih was das denn ih was das was zur Hölle ist das wie geil wie geil wie der nachgeht das sieht geil aus ah pixel gedönselt ist echt geil ich also ich finde pixel gun 3d ist das beste Spiel Minecraft nachgemachte Spiel was es gibt und es gefällt mir auch wirklich sehr gut es macht mir auch sehr viel Spaß mit euch das zu spielen so wir haben uns herz gesnackt hat schon wieder nach er lädt stupid stupid lass mich in Ruhe wir haben Schaden bekommen wird immer schwerer hier ne eigentlich wollte ich die Folge scheiße machen schon 9 Minuten fuck oh ne wir sind gefangen oh nein oh nein wir haben keine Muni mehr willst du mich treuern Alter wir haben keine Muni ja hallo Freunde wo ich sind hier was war das für ein komischer Raum da gerade eben wir haben keine Muni mehr was soll ich jetzt machen hallo Alter was war das 3 Sterne das ist das Jupa Jupa Sterne wuhuu hallo pf die Munition Probleme sind echt schlimm ich werde anbieter um meine Waffe mein Gott bzw ein M&T oder wie ich heißt hmmm das ist nicht schön hallo Polic Moni 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 für die Scheiße ich bin so doof sie in den Kuhlnchen ich hab ich getrunken ich bin kurz ich will mal ein Koppel was nicht an meine Ruhe die Niemann reingucken lassen wir mal dadurch da als er ist das heikert man konnte sie geistert sind alter was hier los hallo ich steckt fest ja ich habe euch jetzt so lange auf die Folter gespannt mit dem ich habe gesagt ich will auch ein bisschen online spielen so und wir wollen die mehr spiel aber vor wie die mehr spielen habe ich noch was im D- und zwar die mehr die ich kann ja erstmal gespielt und die und die ich unbedingt spielen ja ich ja gleich gespielt die Slender Forest Map die Slenderman die Nationale Park Ahja Slenderman's Park das ist super einfach mal gemütlich hinsetzen so hat Hot Boy IH Hot Boy Slenderman was ist Lenderman das ist Lenderman Oh mein Gott was ist Lenderman Oh mein Gott 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 hehehehe Bum 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 Baa diese scheiß Leser-Dinger nerven I will show you don't kill what will you show if you don't kill will you schwarz will you show if you don't kill meint der mich? me mehr nicht gestorben mehr auf die Er statewide ja sicherlich sehr wichtig ich eis geht im Dreier S L der Ehr und die Jürgen Schüttel es sind dass die Geräusche hier bittet und wurde sagt dass dieser Tod da ist er da der Kupfer war ja hallo ich grüße dich ja ich grüße dich ich bin ja auch voll der Hipster äh Profi no 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 what hier hi what lol what was ist das ein Geräusch macht mir keinen schiss hier und kattel und die jungen war der Focker toll spuck ich Nesbock erhöhnen 90 was das was mit dem was mit singen doch hab sie nicht gesehen dass wir auch wo ist Luh was das Lusklinien mit dem Kind und dem Kind Prozent wo bin ich nie gelandet ich nehme an die Pistole in die Hand und da haben wir ihn da haben wir ihn Hedgehog 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 komm 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 Stürb 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 komm schon komm schon warum stirbt der nicht hä warum stirbt der nicht das ist ein Scheiß na wie geht euch so wohl da ja WLAN ist noch da Reconnecting to the room das ist ja wunderbar Alter haben die da eingeschissen warum ist das so rot Stürb abgabt aber Blut und mein Gott Naja ist er äh lustig ich bin so lustig was der hat den Raum geschlossen der Spocko der Spocko Prozent gut dann kommen wir es schlecht machen das hier ist natürlich auch noch eine sehr nachgemachte Map von Kontos dieser Kürt 3 ist eigentlich auch ganz gut er braucht nicht so meins ist auch lustig aber auch nicht so meins ist auch lustig aber auch nicht so meins und das wollte man das Spiel wollte ich auch noch neu die kenne ich auch noch nicht ähm was hat der da in der Hand ähm hallo sind hier die Oberbüros drin oder was ist hier los Hilfe ich sterbe nicht so schnell was hier ist hier los Hilfe Alter was hier los 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 man das ist ja mega schnelles Spiel hier Hilfe 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 oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Munition halt bekommen das ist ja hier mega schnell das Spiel hui der fällt runter und ist dort und da kommt er da kommt er das besser in der Nacht oder auch die für Entschuldigung ähm ich darf dann mein eigenes Spitzel natürlich nicht vergessen Bananer ist das in Wuhu Lilla 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 L YouTube bei mir hier sie hier nur die Wörter der Lerb hat eingesteuert Scheiße um an den ersten hohen Rang an die die Kampagnen durch Spiegel Entschuldigung wir sei stark übersteuern Hilfe 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 ich sollte wohl nicht immer ein Text zu schreiben Nein Party Party on YouTube J I M IO Mann! My OS Let's Player Youtube Takes it Has principle Ah heim How to You Why mit dem von Koko Koko Komi um die Junge gemacht dann ist das dann der Verhältnisse und ein Ende doch wir noch nie hin und schießt nicht das ist der Korrektur schützt kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon Stürb, Stürb, nein, wir haben keine Money mehr, fuck, 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 nein, scheiße. Money, fuck, 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 fuck. Und da ist es ein... Yeah, na gut, ich bin gar nicht so... Ich hoffe nicht. Ja, das war mal wieder eine super Runde, Leute. Und in der nächsten Episodes, Episodes, spielen wir auch das hier, das ist auch ganz cool. Ich hoffe, es hat euch wieder mal Spaß gemacht. Wenn es so ist, dann Like oder Kommentar, würde mich sehr, sehr freuen. It's so, Game und Facebook und Twitter sind natürlich auch dabei und Steam, die ich alle noch ein bisschen optimieren muss. Aber egal, auf jeden Fall, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Leute, danke und ich mache ein Zussi-Werbung. Letzte Zeit mal ganz viel Werbung für mich. Naja, ist ja ein Werbung und das muss auch mal sein, sonst kommt man ja nicht weiter, ne? Na ja, auf jeden Fall, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Oh Gott, der Abschied wird immer schlimmer. Bis zum nächsten Mal.